Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Bitte ignoriert meine Haare. Uns kam lange kein YouTube-Video mehr, deswegen... Wir machen heute einen Girls Talk, weil ich da... Leute, ihr liebt diese Videos, deswegen mache ich heute wieder eins, aber das wird nicht so lang sein. Ich gucke kurz auf Insta. Da heiße ich übrigens so... Seht man das? Habe ich eine Story gemacht und ihr konntet mir Fragen stellen. Und das habt ihr auch gemacht. Und die Story ist 30 Minuten her und da sind schon sehr viele Sachen. Egal, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Wann hast du deine Tage bekommen? Ich habe meine Tage früh bekommen. Ich glaube mit 11 oder mit 10. Ich glaube, ich habe einmal mit 10 bekommen in Dubai. Aber es war nur ganz kurz und dann mit 11 habe ich die richtig bekommen. Und macht euch keine Sorgen, wenn die erst später kommen. Das kann natürlich auch sein. Und bei mir war das halt aber mit 11. Manche sagen ja auch, dass man die Tage dann bekommt von der Mutter, die ungefähr bekommen hat. Aber meiner hat die mit 14 bekommen. Und ich mit 11, deswegen stimmt das nicht so bei uns. Dann noch einmal... Merkst du schon Fortschritte durch das Gym und welche Geräte benutzt du? Also ich habe mir einen Trainingsplan machen lassen. Das heißt, ich habe einen Trainer gesagt, was ich gerne trainieren möchte. Mein Bauch, meine Beine und mein Po. Dann hat er mir einen Trainingsplan gemacht. Und wir haben ja ganz, ganz viele Geräte. Und dann stehen da so 12 Geräte drauf, die halt für meinen Po, für meine Beine und für meinen Bauch sind. Die mache ich dann auch immer. Dann mache ich noch Freiübungen und auch manchmal andere Geräte. Ich kenne den Namen jetzt nicht auswendig, aber es gibt halt natürlich verschiedene Geräte für verschiedene Körperteile. Weißt du, was man gegen elektrische Haare tun kann? Also ich mache immer, wenn ich so hier diese... Also ich glaube, die meint alles so hier. So was mache ich eigentlich immer Haarspray auf eine Bürste. Auf so eine. Warte. Auf so eine Bürste mache ich so Haarspray. Und dann mache ich es so mit meinen Händen. Dann hält es auch. Oder ich benutze dieses Gel hier. Mache ich auch auf die Bürste und kenne das so nach hinten. Dann hält es auch relativ gut. Kannst du mal ein Video machen. Das ist jetzt wie so eine normale Frage. Aber viele fragen mich halt, wie ich meine Schminke... Also wie ich mich schminke. Ich habe ja letztens ein Video gepostet. Irgendwie mein letztes Video oder so. Ich weiß nicht mehr. Aber da hat sich sehr viel verändert, Leute. Ich schmink mich mit anderen Produkten. Deswegen werde ich das nochmal updaten, wenn ihr das sehen wollt. So. Binden oder Tampons. Leute, seitdem ich das erste Mal meinen Tag habe, habe ich Tampons benutzt. Und ich weiß, dass es nicht gut sein soll. Vorab, ihr braucht auch keine Angst davor haben. Es tut nicht weh. Es tut wirklich nicht weh. Also bei mir hat es nicht weh getan. Ihr müsst ihn halt richtig einsetzen. Also das kommt jetzt voll blöd. Mittelfinger rein bis hier oder so. Ich weiß nicht. Und dann ein bisschen bewegen. Dann setzt ihr euch auf dem Klo. Und wenn das weh tut, so piekst, dann noch mehr rein. Wisst ihr, wie ich meine? So Leute, ich habe eine Alternative gefunden. Und zwar, zeige ich euch das kurz. Das sind Unterhosen, die innen drin wie so eine Binde haben. Also falls ihr eure Tage habt, dann könnt ihr die tragen. Die sieht jetzt sehr groß aus. Ist sie aber nicht. Ich habe nämlich extra für euch das auch ausgetestet, weil ich bis heute meine Tage hatte. Also von Samstag bis heute. Wir haben heute Mittwoch. Ganz schön lange, ich weiß. Und ich hasse es, Tampons zu tragen. Ich finde das so... Nee. Mir gefällt das im Moment gar nicht. Und dann tut das auch so weh, weil ich das nicht richtig reinsitze. Und dann habe ich zu wenig Blut. Und dann ist es richtig lost. Und deswegen habe ich eine Unterhose, die 10 bis 12 Stunden anhaben, Leute, habe ich auch gemacht. Und das während der Nacht. Und Leute, ich schwöre es euch, es ist nichts ausgelaufen. Bei einem Tampon habe ich auch immer Angst. Das soll man auch nicht über die Nacht machen. Aber dass ich auslaufe, das ist auch schon so oft passiert. Das glaubt ihr mir gar nicht. Und da hatte ich das an. Leute, wirklich, das hilft wirklich. Das geht von hier bis hinten. Ist so wie so eine Bünde eingebaut. Das sieht man aber nicht. Ich habe auch noch zwei andere. Und die zwei anderen sind halt in der Wäsche. Die kann man von 30 bis 40 Grad halt waschen. Ja, also ich habe da noch so eine. Und falls man sich jetzt denkt, das fühlt sich wie eine Pampers an, gar nicht. Das fühlt sich sehr normal an. Und da läuft wirklich gar nichts aus. Also ich habe das ja ausprobiert. In der Nacht auch. Ist nichts ausgelaufen. Das zieht sich halt dann hier rein. Und man hat auch nichts irgendwie an den Beinen dann, weil sich das verschmiert. Gar nichts. Falls ihr euch nicht traut, Tampons zu benutzen. Oder das soll ja auch eigentlich nicht so gut sein. Oder ihr Angst habt, dass ihr mit einer Binde auslauft. Dann probiert mal diese Periodenunterwäsche aus, Leute. Ich denke, das wird sehr vielen helfen. Ich werde das auch nochmal ausprobieren, nächsten Monat, wenn ich meinen Tag habe, damit rauszugehen. Da kann ich euch auch nochmal updaten. Aber ich denke, das ist auch kein Problem, wenn das die Nacht durchhält, wo ich mich rumwälze. Genau. Und ihr sollt die halt nach dem Tragen mit kaltem Wasser abspülen, damit das nicht so danach riecht. Aber ich habe auch gar nichts gemerkt. War alles super. Vielleicht probiert ihr das einfach mal aus. Ist auch nicht so teuer. Und sagt mir dann unbedingt, wie ihr das findet. Ich probiere es, wie gesagt, nochmal draußen aus. Gebt euch dann vielleicht auch nochmal ein Update. Bei Insta oder so. Und ja, aber von mir, das ist wirklich eine Empfehlung. Das ist chillig. Ohne Tampons zu chillen und ohne Binde. Weil Binden merkt man und hier merkt man eigentlich gar nichts. Das ist wie, als hättet ihr eine normale Unterhose an. Plus, dass da halt echt bei mir nichts ausläuft. Genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute und gesunde Alternative. Ist es als Mädchen so jung im Gym unangenehm? Nö, gar nicht. Ich bin zwar die Jüngste, weil auch wenn jetzt wieder Fragen kommen, ich darf eigentlich erst ab 15, ich bin ja 14, und darf erst ab 15 eigentlich 16 rein. Aber ich darf, weil die mein Vater so mögen und mein Vater immer so nett zu denen ist. Und weil mein Vater halt Mitglied ist. Deswegen durfte ich. Und ich hatte auch echt Glück. Aber das ist halt wirklich bei jedem Gym unterschiedlich. Hast du Tipps gegen Pickel und Unterleibschmerzen? Gegen Pickel habe ich eine Maske, Leute. Ich habe euch die schon so, so oft gezeigt. Das ist die. Ich verlinke euch die auch mal unten in der Infobox. Genau. Die macht ihr halt drauf. Dann wird die, die ist dunkelgrün, dann wird die hellgrün, dann könnt ihr die abwaschen. Und dann gehen eure Pickel weg. Die hilft wirklich, Leute. Und gegen Unterleibschmerzen habe ich seit längerer Zeit wie auch wieder. Ich sitze dann eigentlich nur in meinem Bett. Man soll ja eigentlich auch ein bisschen Sport machen, dass es weggeht. Ich mache mir eine Wärmeflasche. Oder ich habe auch so eine Wärmedecke, die ist auch mega. Die ist halt ein bisschen teurer, aber es lohnt sich. Hat dein Nasenpiercing weh? Nein. Nur die Zange, die halt da drum gemacht wurde. Aber ich denke, ich werde nochmal so ein Lebensupdate machen nach dem letzten Video. Leute, ihr wisst es ja. Wie es bei mir so aktuell aussieht. Auch mit dem Gym und so werde ich nochmal richtiger drauf eingehen. Wie schaffst du es, so motiviert zu sein, jeden Tag etwas zu unternehmen? Und Leute, ich mache wirklich, in einer Woche mache ich vielleicht dreimal irgendwas. Ich bin so oft einfach nur in meinem Bett, kam mir rum und mache gar nichts. Und ich glaube, das geht sehr, sehr viel in den Sohn. Das ist auch ganz normal. Bei mir ist das auch so. Ich mache ehrlich nicht immer was. Ja. Und wenn ich halt dann was mache, zum Beispiel dreimal oder so in der Woche ins Gym gehen. Ins Gym zu gehen macht mir so einen Spaß, Leute. Ich hätte das ja bei mir meist gedacht und meine Eltern auch nicht. Aber, ja, ich bin happy, dass ich das mache und dass es mir auch Spaß macht. So was oder so ausfliegen mit meinen Freunden macht mir auch Spaß. Deswegen, ja, das ist nicht so eine richtige Motivation, weil ich habe darauf ja schon Lust. Tipps für Motivation zum Sport. Ich weiß, zum Beispiel als ich Workouts gemacht habe, hatte ich auch nicht wirklich Motivation. Aber als ich dann zum Beispiel einmal im Gym war oder Joggen war draußen, hat es mir besser gefallen. Und ich weiß halt auch, was ich verändern möchte, was ich anders haben will und dass es mir gut tut. Und das ist dann schon meine Motivation. Und das Ding ist halt, mir macht es halt auch Spaß. Ich hätte das halt, wie gesagt, niemals gedacht. Aber wenn einem das, was man macht, Spaß macht, tut man das halt auch gerne. Tipps gegen Liebeskummer, Leute, dazu habe ich ein, mein letztes Video ist ein Video dazu. Guckt es euch gerne an. Es haben mir so viele Leute, als es online gegangen ist, geschrieben, ich glaube, über 300 Leute oder so, dass ihnen das geholfen hat und dass sie dankbar sind, dass ich sowas gedreht habe. Und ich habe mich so, so darüber gefreut, Leute. Hier sind jetzt nur noch dieselben Fragen. Ich habe schon die restlichen alle beantwortet. Und ich hoffe, euch hat dieses kurze, aber wieder mal ein Video gefallen. Ich werde jetzt was essen und dann heute wieder ins Gym gehen. Das letzte Mal war ich am Montag, wir haben ja Mittwoch. Und ich bin happy, dass ich das Video jetzt geschafft habe zu drehen für euch, weil mich so viele nach dem Video gefragt haben, Leute. Naja, ich hoffe, euch geht es gut. Glaubt an euch. Ich sage jetzt auch schon nochmal so, ihr seid genug, Leute. Lasst euch nicht von irgendwelchen Personen irgendwas anderes einreden. und macht das Beste aus euch. Ciao.